Einen wunderschönen guten Morgen an alle, die zum ersten Mal da sind. Herzlich willkommen zurück an alle, die schon wieder da sind. Mario, kannst du mal über die Märkte gucken? Ja, kann ich machen. Kannst du mir dafür ein Like geben und einen Kommentar für den Algorithmus da lassen? Danke! Dann können wir jetzt direkt mal reingucken. Was machen DAX? Sieht das hier heftig aus? An Linien? Joch, sieht's. Davon sind immer nicht so viele relevant. Welche sage ich dir jetzt? Ganz klar auf vier Stunden Basis zu erkennen. Auch hier die beiden goldenen Linien, diese Bärenflagge, oder Aufwärtskanal, wissen wir noch nicht. Wenn das Ganze mal zu Upside bricht und wir auch gleichzeitig diese Goldene nach oben hin rausnehmen, geschweige sind, diese aufsteigende Goldheit, das ist ein Knotenpunkt, das verläuft ungefähr hier 15.000, sage ich einfach mal. Dann können wir davon ausgehen, dass wir erstmal weiter in Richtung Norden trenden. Dann bricht das Ganze nach unten. Sprich, wenn wir diese goldene Linie hier unten rausnehmen, die verläuft jetzt gerade bei 14.500 ungefähr, dann short und wäre der Abflug in Richtung Süden. Zumindest erstmal hier auf diese Los. 14.400 und danach 14.300. Sollten wir allerdings auf Tagesbasis mal das hier rausnehmen, 14.400 ist das natürlich sehr, sehr ungünstig. Was wir aktuell haben, ist, ja, diese Bärenflagge oder dieses berühmte H, was wir immer kriegen. Achtung, Abflug, H durchgebrochen, weiter runter, weiter runter, H berechnen wir dann hier irgendwo durch, mindestens bis aufs Ziel los und wenn wir die nicht halten und von hier weiter hochziehen, wieder weiter runter. Das sind die Signale, die man beachten sollte. Und wenn wir das natürlich vernünftig traden können, dann sind hier auch einiges an Euros wieder drin. Wie gesagt, der Trigger in Richtung Norden würde für mich dieser Knotenpunkt hier bedeuten. 14.930, das sind 1, 2, 3 Linien, die wir zurückerobern müssten. Dieser Knotenpunkt, super, super wichtig. Ein Tageskloß darüber wäre für mich ein positives Anzeichen, dass wir weiter nach oben ziehen könnten. Dow Jones im Endeffekt genau das gleiche. Wir machen hier gar nichts, wir warten weiter ab, dass diese absteigende goldene Linie nach oben hingebrochen wird und gleichzeitig hier dieser horizontale Support herausgenommen wird. Das verläuft jetzt gerade ungefähr bei 34.400. Wer ein bisschen eher dran sein möchte, der muss allerdings trotzdem warten auf 34.000. Vorher mache ich da persönlich gar nichts. Auch hier sieht das Ganze so lala aus, sag ich mal, auf Stundenbasis werdet ihr das sehen. Das ist hoch, das ist runter. Das sind einfach nur alles Linien für mich, da muss keiner irgendwie was beachten. Wichtig ist erstmal hier, diese rote Linie, die müssten wir nach oben hin 1, 2 und 3 Auflagepunkte erstmal brechen, um überhaupt hier irgendwie zu sagen können, okay, wir gehen weiter hoch und das verläuft jetzt gerade aktuell bei 33.888. Vorher ist da gar nichts möglich, wenn wir die brechen, fliegen wir weiter nach ungefähr 34.100. Ja, und ab hier kommen dann die Marken, die ich euch gerade gesagt habe. Auf kürzeren Timeframes, in dem Fall 15 Minuten, ja, seht ihr auch hier, ebenfalls klare Kante. 33.580 brechen wir die nach unten. Hallo, los, wir kommen. Die Nasdaq auf 4 Stundenbasis hat es zum ersten Mal oder versucht es gerade mal wieder auf 4 Stundenbasis hier die Marke zurück zu obern. Das ist 13.950 ungefähr. Kein 4 Stunden Close seit, ja, seit dieser roten Kerze da drüber. Aber wenn wir das schaffen, könnten wir von hier aus erstmal wieder hochziehen bis zur 14.100 ungefähr. Und dort wird sich dann entscheiden, wie es weitergeht. Mal auf die 14.200. Wenn wir das natürlich nach oben hinnehmen sollten, wäre das kein schlechtes Anzeichen, denn das wäre auch gleichzeitig das Herausnehmen dieser goldenen Linie. Ihr seht, das ist hier dieser Knotenpunkt. Wenn wir da drüber kommen, ist erstmal Potenzial da bis 14.500. Und da trifft dann eine horizontale Marke hier auf diese goldene Linie ungefähr. Wenn wir das nach oben hin brechen, 14.600 ist erstmal weiterhin erst drin bis zur Marke von 15.000. Das ist super weit entfernt. Von daher würde ich mich jetzt gerade nicht darauf verlassen, dass das Ganze auch so läuft. In Richtung Süden sollte die Sache auch relativ klar sein. Beenden wir diese 4 Stundenkerze nicht über der Marke. Dann wird es erstmal wieder runtergehen zu 13.900 und brechen die 13.900 nach unten. Dann ist mit Sicherheit die Marke von 13.800 auch wieder drin. Der Russell 2000. Der Russell 2000 ist so lala. Grüne Linie. Bruch nach oben. Gleichzeitig das horizontale Herausnehmen der Marke von 2008 wäre ein positives Zeichen. Dann geht es weiter auf 2.220. Und hier ist dann wirklich zum ersten Mal eine wichtige Marke 2.220. Ihr seht das hier. Und ich den Mauszeiger hier lasse. Da haben wir hier den Kerzenkörper. Hier durchbruch. Angetestet. Nochmal angetestet. 2020. Wenn wir das nach oben hin brechen können, würde es wahrscheinlich erstmal hochgehen bis auf 2.060. Und da kommt dann auch wieder uns diese goldene Linie hier entgegen. Gleichzeitig der horizontale Widerstand. Wenn wir das nach oben hin brechen, wahrscheinlich erstmal hoch auf die 2.100. Ja, das wäre schön. Aber so weit ist es logischerweise nicht. Auf Stundenbasis oder überhaupt sollten wir es vermeiden, hier nochmal die Marke herauszunehmen von 1.990. 1.099 relativ klar. Das ist die absteigende weiße Linie gleichzeitig leichter horizontaler Support. Das seht ihr hier auf Stundenbasis, wenn ich die Linie ziehe. Wenn wir da drunter fallen, nichts gut. Hier drunter gefallen. Abfluch drüber. Push drunter. Abfluch. Und jetzt sind wir aktuell noch drüber. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Ansonsten fliegen wir wieder weiter runter. S&P sieht im Endeffekt relativ ähnlich aus. Hier ist die Marke wichtig. Das ist das hier von ungefähr 4.300 logischerweise. 4.300 fliegen wir dann nach unten hin durch. Werden wir die goldene aufsteigende Linie nochmal anlaufen. Die verläuft jetzt gerade bei 4.275. Nehmen wir die nach unten hin raus. Zurück auf 4.250. Wichtig wäre es, nach oben hin mal zu nehmen. Ja, diese goldene aufsteigende Linie. Die verläuft ungefähr bei... Danach folgt sofort horizontal. Wichtig herauszunehmen wäre es mal zumindest auf 4 Stundenbasis. Und die 4.350, dann können wir davon ausgehen, dass es auf 4.385 geht. Und wenn wir das natürlich mal nach oben hin rausnehmen, dann können wir weiter nach Norden fliegen. Aber, boah, davon sind wir auch noch ein gutes Stück entfernt. In Richtung Süden haben wir gerade gesagt, sollte die Marke auch bekannt sein. Die Triple Qs super, super bescheiden. Auch gestern wieder ordentlich auf die Backen gekriegt. Und jetzt haben wir ein tieferes Tief, ähm, ein tieferen Close, als wir hier haben. Bäh, 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 bäh. Und das war hier noch Support. Dann sind wir durchgeflogen, angetestet und dann weiter runter. Erstmal nicht positiv. Das einzig Gute ist, dass wir die Lows, also dass wir die Wig-Lows nicht rausgenommen haben. Kann das auf Tagesbasis ein wunderschönes W-Pattern werden? Jo, kann. Aber noch ist es nicht so weit. Und noch werde ich auch nicht danach handeln. Schön. Schön wäre das hier. Rote Linie 346. Oh, ne. Dann ist Potenzial da bis auf 353. Brechen wir die 353 nach oben, seht ihr hier. Das ist gleichzeitig der Knotenpunkt dieser goldenen, absteigenden Linie. Jo, dann sieht das Ganze gar nicht schlecht aus in Richtung 361 und 370. Aber davon ist ja jetzt erstmal nicht auszugehen. Ihr seht auch hier auf dem Tagesbasischart haben wir diese Supports rausgenommen, nach oben hin angetestet und haben erstmal gar nichts gemacht. Indecision Candle. Also, der Markt weiß doch nicht, wohin die Reise geht. Das heißt, die nächsten Tage werden entscheiden, wohin die Nummer läuft. Was machen? Hier auch guter Abflug in Richtung Süden. Bis auf eine rote aufsteigende Linie, die wir zum Glück auf Tagesbasis gehalten haben. Da kann ich hier nochmal hingehen. Ihr seht das. Drei Auflagepunkte mittlerweile. Eins, zwei, drei. Brechen wir die auf Tagesbasis nach unten. Abflug 23.200. Und absteigen. Positiv? Joa. Ganz ehrlich, eigentlich für mich erst ab Gold. Heißt ab 24.200 ungefähr. Jo, das ist super weit entfernt. Aber was soll ich euch schon vorher hier erzählen? Klar, wenn ich das hier erstmal rausnehme. Gold nach oben. Gleichzeitig grün. Das ist ungefähr 23.750. Dann kann ich davon ausgehen, dass wir erst nochmal hier hingehen. 23.900 und dann mal gucken. Ich kann das, logischerweise kann ich das probieren. Aber Spekulantius nicht vergessen. China. Was machen China? Da haben wir auch einen guten Abflug gesehen. Das war ein leckerer Short, sage ich einfach mal. Hier, nachdem wir rot gebrochen haben. Gleichzeitig Gold. Gleichzeitig auch noch grün. Short rein und dann ging es auf die nächste grüne Linie. Das war schmackhaft, sage ich einfach mal. Und jetzt müssen wir gucken, was passiert auf Tagesbasis. Seht ihr, halten wir das so gerade eben noch auf 8 Stunden Basis. Durchgeflogen, angetestet, wieder weit herunter. Schwere, schwere Entscheidung, was hier zu machen ist. Ganz ehrlich, für mich persönlich. Long eigentlich erst, wenn wir auf Tagesbasis über die Marke kommen. Von 15.020 ist das ungefähr 15.000 ungefähr. Dann geht es weiter hoch bis auf 15.200. Und brechen wir das nach oben, bleibt es dabei, dass ich davon ausgehe, dass wir hier die goldene Linie anlaufen. Ungefähr bei 15.660. Ansonsten würde ich hier erstmal gar nichts machen. Wenn euch das Marktupdate gefallen hat, lasst mal gerne ein Like und einen Kommentar für den Algorithmus da. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Start in diesen Mittwoch. Und wir sehen uns logischerweise heute Abend, wie immer, zum Live-Update.